So, hallo, heute gibt es ein Eis. Oh, wo sind wir denn? Hier. Heute gibt es ein Eis im Castillo in Ruhnburg an der Fulda. Leckeres Amarena-Kirsch-Eis. Ein kleiner Becher heute für mich. Viel Sahne. Leckere Kirschen. Lecker Kirschen. Ein wenig alkoholisches. Diesen Becher kann ich immer sehr empfehlen. Der schmeckt sehr, 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 sehr gut. Heute ist der 1.11.2020. Leider muss hier die Eisdiele zumachen für einen Monat. Deswegen ist das Ding heute brechen voll hier. Ich bin froh, dass ich auch einen Plätzchen gefunden habe heute. Also, sehr lecker. Der ist ziemlich groß. Mit verschiedenen Sorgen. Mit Erdbeeren, Kaffee, Vanille, Nuss, viel Sahne, Amaretto. Also, super lecker. Wie gesagt. Das Heißkirsch schmeckt immer gut. Es gibt Jahre, da ist jetzt 200 Kugeln am Tag. Äh, am Tag. Ja. So. Jetzt ist es mal weiter. Bis nachher. Das wird schon weniger. Die Sorten sind halt ein bisschen anders. Aber, bitte nicht noch. So, wo wir mal reingehen. So, das war etwas Essen. Das war's schon. Bis zum nächsten Mal. Und da ist die Idee. Und gar keiner Fulter. Das geht los.